XXL ClubNight heute mit Uli Brenner zum letzten Mal. Ja, da die XXL ClubNight musikalisch umstrukturiert wird, ist uns heute definitiv das letzte Mal, nicht ganz, am 6.7. bei Sound of Frankfurt am Sonntag nochmal. Ich wünsche euch in den nächsten drei Stunden trotzdem viel Spaß und wenn ihr wollt, könnt ihr auf meine Homepage gehen, uli-brenner-de, weil DJ bleibe ich natürlich selbstverständlich weiterhin. Ich wünsche euch in den nächsten Mal. 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 Ibiza. Ich wünsche euch in den nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch in den nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal. Das war's. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. Also, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.